Die Frühlingsluft über Deutschland ist schon mal förderlich für das Wachstum der Vegetation, wenn zeitweise Schauer durchziehen und die Temperaturen relativ hoch liegen. Allerdings ist der Regenschirm bei der instabilen Luftmasse derzeit ein ganz schlechter Tipp, denn es können sich einzelne Gewitter bilden und wenn man mit dem Schirm bei Gewittern unterwegs ist, ist es als würde man mit einem Blitzableiter rumlaufen. Also eine denkbar schlechte Idee und die Luftmasse ist eben instabil geschichtet, vor allem am Sonntagnachmittag quer über dem Land. Die höchste Labilität, sprich die höchste Gewitterwahrscheinlichkeit, besteht im Nordosten Deutschlands. Dort kann es vor allem am Nachmittag Blitz und Donner geben. Einzelne Schauer sind unterwegs, aber an dieser Animation sieht man, es sind zwischen den Schauern auch immer wieder Lücken drin. Sprich, es gibt auch längere Trocknephasen, es ist kein klassischer Landregen. Weil die Luftmasse eben instabil geschichtet ist, wählen sich diese örtlichen Schauer und Gewitter und eben nicht dieser flächendeckende Regen. Also von Südwesten kommen einzelne Schauer herangezogen. Im Laufe des Nachmittags sind dann stellenweise Blitz und Donner mit dabei. Am ehesten im Schwarzwald und im hessischen Bergland dort vereinzelt. Etwas verbreiteter durchaus in Mecklenburg-Vorpommern, aber dann auch nur für kurze Zeit mal Gewitter. Zwischendurch eben auch immer mal wieder freundliche und sonnige Phasen. Den meisten Sonnenschein gibt es übrigens in der Uckermarkt. Dementsprechend dort auch am meisten Energie in der Atmosphäre. Und das befeuert eben dort auch die Gewitterwahrscheinlichkeit. Aber insgesamt geht in Sachen Sonnenschein am Sonntag nicht besonders viel. In den freundlichen Phasen steigt die Temperatur für die meisten auf 13 bis 18 Grad. Auf den Bergen bzw. an der Nordsee ist es ein wenig frischer. Und dazu ist der Wind meistens nur schwach unterwegs, abgesehen von ein paar Gewitterböen. Und der Südwest bis Westwind bleibt uns die nächsten Tage erhalten. Nördlich von uns die Tiefs, südlich von uns die Hochs. Und das sorgt dafür, dass es sich im Norden unter Tiefdruckeinfluss zu Beginn der neuen Woche so richtig einregend bei Höchsttemperaturen von 12 Grad. Dazu ist es auch windig, deutlich frühlingshafter. Im Süden wird es die Folgetage immer trockener, immer sonniger. Und bei 17 Grad im Sonnenschein ist das richtig feines Frühlingswetter.